So gut, da bin ich wieder, in der letzten Partie Array versteucht, und das ist jetzt da vorne. So, das dürfte liegen meiner Meinung nach. So, wenn ich da jetzt alles versteucht habe, kann ich da ruhig mal laufen. Der 7mm kippt auf, und der 12 mal so, das passt nicht zusammen. Ich habe gerade festgestellt. Flüchtenkörper habe ich getroffen bei der hellen Dauer. Also Körper. So, wie wird das Tor? So, jetzt mal, re. So, was wir aus uns mal, re. das ist sie wieder drauf machen 120er skor rotfuchs hat gekollt gerade e-mailt mich dann wenn es wieder was gibt So, da bin ich wieder, mit einem Fuchs, der da sehr nah ist. Da ist er. Endlich. Wartefuck. Also Kurt hat er da drüben im Wald, also da so. Und dann kommen ist er von da. Aber es scheint der gleiche zu sein, den Spuren nach. Ja, genau da ist er. Überseule Mitte, 22er Score. Und er hat 25 Abschlüsse, Mitte 223. So, und da wird es sagen, ich meld mir wieder, wenn es wieder was geht, bis dahin. Hallo, und da bin ich wieder. Und weiblich in Rotheil. Ja, level 5 für den spätestens score. So, das da oben. Holger Man rude. Alles GD-Signal. Genau. Ich sagte, ich baue es meistens mehr so posing an 상태 es sei mirviel Berg. Ich nehme jetzt an habe ich jetzt einen schwarzen phi-fluss mehr projector zu machen. Kordern jetzt, D jetzt. So, warte mal, ich geh doch wieder rein. So, da bin ich wieder und schiffen, anderer Seite hat gerade Rehko. So, ob ich es kriege, weil mein Schwein ist irgendwie unabendbar, in diese Richtung, in die Verbrauchung. Oh, aber guck. Da ist es wieder. So, ich meld mich wieder, wenn ich was hab, weil ich nicht so, bis dahin, klar, so. Werde, Marco. Werde, Marco. Und, am Moment, Benemain. Gott, das war ein Trakotterschuss. Gott, das war ein Trakotterschuss. Ja, ich will nicht, wenn ich Reh oder Schwein habe, es ist gleich. Der Schuss sitzt. So. So. So, da bin ich wieder. Ah, ich hab nur zweimal auf. Ah, so, das wird nicht der sein. Ah, ja. Ich sammle die ein und, ja, denn da oben da währte zu holen oder so. Also, ich meld mich wieder, wenn ich was hab, bis dahin. So, da bin ich wieder. mit rotiert zwei weiblichen Rehen Hörbaut Fakten zieht ab der der Bier die Art der Schichter immer drauf und mal Gurel und neuen Backen Ecken muss jetzt sofort umfallen was so lange der quäschelte Leben damit hier Ach, da liegt er ja. Ja. Freust du dich ja? Das ist auch noch auf der Weghaus, aber da ist auch einer drauf. Alter, ein Börder, du. So. Das da runter überlebe ich sicher mal nicht, aber da ich mir die Picks mit hab. Ist mir das mal egal. Davon sind ja die Rehe wieder. So, ich gehe auch noch mal rein. Ich will jetzt das Rehe schließen. So, da bin ich wieder. Hier hat eigentlich eben ein Rothirsch gecallt. Aber ich frage mich, wohin ist. Männlicher hat auf jeden Fall. Und wie man unschwer erkennen kann, denke ich mal. Ich hab die Seite gewechselt. Ich bin, ich kann dir immer gut zeigen. Wer sich nicht meldet hier. Ich bin hier am Schweine fast vorbeigelaufen. Aber ich hab gar nichts mehr gefunden. Also, ich hab da wieder. Wir brauchen. Da läuft es so. Hier ist die Rehe. Okay, lasst die Rehe jetzt mit Ruhr. Sammeln mein Braunbär ein. Und melden wenn ihr wieder was habt. So, entsteht jetzt doch ein weibliches Rehe. 5 über vor allem und rote und die Bündnis geht er das heißt es sich jetzt das Gewicht der Benjamin Kappmann hat dass man bei level 3 das ist nicht mehr bei Richtung es ist nicht das ist doch der Sprung durch Spuren zu so Prozent ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Prozent vor der Fülle da und da drüben steht dann noch ein bisschen was rei so mit dem Schuss würd ich sagen, wählt ihr mir im nächsten Part wieder bis dahin, tschau